In der Welt der Zerspannung verfolgen wir am Ende des Tages alle das gleiche Ziel, nämlich, dass jedes gefertigte Teil ein Guteil ist, 100% Qualität und das zu den geringsten Stückkosten. Ich bringe es gleich auf den Punkt, um dieses Ziel zu erreichen, das sagt uns die Erfahrung, müssen Maschine, Werkzeug und Werkstück optimal zusammenspielen. Aber Sie wissen ja selbst, wie unterschiedlich die Anforderungen, aber auch die Herausforderungen bei jedem einzelnen Werkstück sind. Plötzlich sind da Vibrationen, der Standweg ist zu kurz, die Bearbeitungszeit zu lang, was machen wir jetzt? Das Warum herauszufinden und den richtigen Fokus zu setzen, dafür stehen wir. Wohin andere nicht mehr weiterhelfen, sind wir für Sie da und finden mit Ihnen die beste Lösung. Mit der Expertise aus über 30 Jahren Anwenderpraxis und der neuesten Generation Avantec Fräser sind wir am Start. Ich lade Sie ein, uns auf die Probe zu stellen und zu testen, was wir für Sie tun können. Fräsen Sie fokussiert mit Avantec für Ihren Erfolg. Ich advise Sie nicht mehr weiterhelfen, was Sie haben. Prin Seminale müssen wir uns weiterhelfen. Vielen Dank.